Hier ist Radio SGU Schulradio der Städtischen Grundschule Eupen-Oberstadt Radio von Kindern zu Kinder Hallo liebe Kinder, wegen der Ferientage kann es heute leider nur eine kurze Sendung von Radio SGU geben. Dennoch möchten wir euch die Lösung auf unsere Rätselfrage der letzten Sendung geben. Die richtige Antwort ist 23 Kinder. Unter allen richtigen Antworten haben wir einen Gewinner gezogen. Herzlichen Glückwunsch Alisha Schwetz aus der 4. Klasse. Du darfst dir deinen Preis im Studio von Radio SGU abholen. Ein bisschen Musik haben wir trotzdem. Singt mit uns unser Schullied. Die nächste richtige Sendung kommt am nächsten Mittwoch. Wir wünschen euch einen schönen Mittwochnachmittag. Für euch heute im Studio war Lisa Marie. Tschüss! Yeah! Ich geh gern zur SGU Hier fühl ich mich wohl im Blut Habe Freunde beim Lernen, das glaubst du mir nicht Schau an mein Fussgesicht Schau an mein Fussgesicht Schau an mein Fussgesicht SG5 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020